Naja, keine Öle. Okay. Jack ist immer noch nicht fertig. Achso, die braucht nie das mit ihren Vorgänger. Ja, das ist lästig. Mauer ich halt ein bisschen Handarbeit hier. Ist okay. Was meckert ihr da oben eigentlich? See the map for more details. Was ist hier denn nur blinken Roboter? Das sind alles noch Airworts Aufträge, oder? Also einfach nur bringen Mauer dahin, glaube ich. Ja, da können wir ruhig weiter mitkennen. Das sollte langsam runtergehen. 155, 154, 153. Ist okay. Ist okay. Pumpcheck? Pumpcheck. Bitte setzt den... Kann ich nicht drüber setzen. Okay. Du Halt, Rabiator. Ding. Ja, zack. Mua. Dann dich noch weg. Und dich da hinten. Das ist mit dem Luder. So. Haben wir es jetzt bald mal? Nicht wirklich. Alter Falter. Staut es jetzt wenigstens hier so ein bisschen? Nö. Ja. Ja. Dann baue ich jetzt nochmal drei davon. Das wird eine ganze Ecke dauern. Und währenddessen... Äh... Habe ich das Zinn abgeholt? Nö. Währenddessen hole ich das Zinn ab, bereite die Boiler vor... Und allgemein überprüfe ich ein bisschen, ob die Stromversorgung so abläuft. Ach so, den Pumpchecks finde ich echt ein bisschen komisch, dass das so holprig ist gerade. Hat so lange so gut geklappt? Oh, das ist mir einfach noch nicht aufgefallen. Hm, Zinn. Da. Nee, nicht Zink. Zinn. Was ist Silber? Das ist nicht Zinn. Da. Tinten. Baue er bitte... Was fehlt jetzt? Eisenplatten. Nicht ernsthaft. Genau. Gib mir... Komische Roboter, gib mir Eisenplatten. Da. Schon besser. Haben wir wenigstens inzwischen irgendwo so einen richtig schönen Vorrat mal an Eisenplatten? 3800 zu einem Umlauf, aber... Nö. Keine Riesenkiste voll mit Eisen. Das wäre auch noch eine Forschung, die ich gerne machen würde. Die Very Big Chests. Einfach nur so zum Haben. Oh, und hier ist was ausgelaufen. Du... Du warst nur ein normaler Drill. Okay. Du bist ein Zweier Drill. Gut, dann kommt hier halt jetzt ein normaler Drill hin. Machst das schon irgendwie. Dafür kriegst du ein Speed Module. Um das Ganze so ein bisschen zu kompensieren. Ja, die hier hinten haben nicht ganz so viel zu tun. Aber das passt, das passt. So, die Dinger sind fertig. Okay, baue bitte... Wir brauchen Stein. Geh... Da hin, gib mir Stein. Ich muss mir Eisen klauen. Gib mir Eisen. Eisen. Alternativ hätte ich den Robotern auch sagen können. Bitte gib mir 1000 Eisen. Aber bis die Robotern hier sind, ist das alles viel zu spät. Ich habe jetzt genug Eisenplatten. Und ich habe jetzt auch ein paar Steine. Bitte. 72 Pro... Speed Module. Mach mehr Steine. Das ist doch albern. Ich baue einfach ein Stack von den einer Dingern da und mache das erstmal damit. Das können wir später immer noch umbauen. Hauptsache das Ding arbeitet erstmal ansatzweise irgendwie. Genau. Blink, blink, blink. Boiler. Achso, Kisten. Ne, die Kisten sollte ich ins System schmeißen. Damit sie von den Robotern gesetzt werden. Damit die auch gleich richtig programmiert sind. Also... Flupp. Eine hätte ich ganz gerne auch vor Ort. Verteilt die mal da drinnen irgendwo? So, die können wir auch da reinschmeißen. Die da reinschmeißen. Gucken wir, wie sich das so aufgeht. Da fehlen noch MK2-Dinger. Ich weiß nicht, warum die da nicht hinkommen. Aber anscheinend sind die Jungs immer noch damit beschäftigt, diesen größeren Auftrag hier zu erledigen. Ja. Warum fliegst du da hin und fliegst wieder zurück? Komisch, Roboter. Äh, äh, du. Füll die Lücken. Töte die Bäume. Töte die... Bäume. Geh weg, Baum. Gut. So. Du da hinten arbeitest nicht, weil... Ich gehe in die falsche Stelle gebaut. Oh. Angriff irgendwo irgendwie. Wo? Dinge werden zerstört. Wo? Unten. Was haben wir da? Zwei Lasertürme. Vier Lasertürme wurden zerstört. Fünf. Sechzehn Türme schießen nur. Das hört sich einfach mal an den König. Äh, jo. Hat geklappt. Beeindruckend. Okay. Äh, was? Ich sehe nichts. Ja. Ja, danke. Jetzt sehe ich noch weniger. Das war, glaube ich, nur eine Nachwehe von dem Angriff. War aber wieder ein Angriff von unten. Ich muss die Tupas-Türme verteilen. Sonst klappt das nicht. Hier oben hatten wir irgendwo vier Stück oder so auf dem Haufen. Das ist echt ein bisschen viel. Genau. Mach die mal weg. Dann haben wir hier zwei, zwei, eins. Und dann verteilen wir die hier. Und genau in dem Moment kommt von hier oben ein Angriff. Ernsthaft? Oh. Einer? Das war ein Test. So, du. Ist okay, ist okay, ist okay. Hier, wo es langsam knapp. Genau. Setzt da einen Turm hin. Da einen Turm hin. Und jetzt haben wir keinen mehr. Ich kann jetzt wieder eine Wand aus Türmen machen. Aber das ist nicht Sinn des Ganzen. Warum seid ihr so nah dran? Seid zu nah dran. Ja, habe ich hier auch wieder Mist gebaut. Eigentlich müssten die alle einen weiter nach hinten. Ruhe die Mauer ein, nach vorne, ja. Mache ich nachher mit einem Befehl, dass die Roboter dann alle vorderen abbauen. So, weg. So. Die jetzt bitte alle abbauen. Gut. Tungstenmauer. Bau weiter Tungstenmauer. Auch wenn es nur 21 Stück sind. Aber die hätte uns eben gerade echt gerettet. Ich weiß nicht, warum er nicht endgültig durchgebrochen ist. Ich habe fast den Verdacht, dass er immer wieder unsere Türme getötet hat. Dass er reingebrochen ist. So halb zumindest bis zu der Mauer. Dann ist er nicht durch die Mauer durch, weil er von hier aus schon die Türme angreifen konnte. Hat er nach und nach die Türme zerlegt. Dann kamen Roboter an, hatten neun Turm gesetzt. Dann ist er umgedreht und hat den Turm angegriffen. Und so ist er dann nicht dazu gekommen, durch die letzte durchzugehen. Aber das wird später anders sein. Da bin ich mir relativ sicher. Also komm, das können wir kurz selber machen. So. Heißt aber auch, dass jetzt hier draußen irgendwo eine Königsleiche liegen sollte, ne? Da sind Leichen. Da sind Handvollleichen. Wirklich viele, das was anderes. Aber wenigstens kommen ein paar rein. Das wäre jetzt ein Smaragd. Nicht mal ein Polierter. Für Polierten brauchen wir, glaube ich... Wie viele brauchen wir da? Fünfzehn. Ja. Ressourcentechnisch ist das echt ein bisschen garstig. Aber vielleicht kriegen wir später ja wirklich so hin, dass wir eine Farm bauen können. Also quasi eine Monsterfarm. Einmal um den Spawn herum Türme. Und die Türme so stellen, dass sie nicht die Spawnern zerstören können über alles, was spawnt. Das wäre so eine Monsterfarm quasi. Was wollte ich eigentlich machen, bevor ich jetzt abgelenkt wurde? Ich wollte Zink reinwerfen, dass es eingeschmolzen wird. Ich wollte die Stromgeschichte weiter machen. Genau, das wollte ich. Ihr seid fleißig am produzieren. Ihr auch. Dann tu doch mal einfach das Zeug da rein, da rein. Ohi, Pumpchecks. Die wollte ich auch noch setzen. Also mach mal weg, weg, weg. Hin, hin, hin. Und da ich nicht genau Speedmoodle habe, kriegst du mal die da. Und das Ding ist immer noch nicht ansatzweise voll. Gegenteil. Plastik wenigstens ein bisschen was? Nö. Also ich kann noch drei ersetzen durch bessere Pumpchecks. Aber irgendwie, denke ich, brauchen wir trotzdem noch mehr Ölfelder. Also haben wir auch in der Basis. Ich glaube, hier unten sind gleich noch welche. Genau. Aber hätte ich halt echt nicht mit gerechnet. Das heißt darum, Stromversorgung. Ich hatte die Kisten reingeschmissen in die Lilia-Kiste. Also haben jetzt hoffentlich die Roboter sich das geschnappt. Und das alles schon so aufgestellt, dass es schon fast arbeiten könnte. Tut's aber nicht. Und ich sehe auch keine aufgestellten Kisten, weil dieses Blueprint-Muster weg ist. Okay. Nimm das Muster. Drehe es. Leg es dann nochmal drauf. Genau. Jetzt sollten die Roboter kommen und die Kisten nehmen und die anderen Sachen und die alle reinschmeißen. Und wo fliegt ihr hin? Achso. Ihr macht was anderes. Ist okay. Ist okay. Oh. Akkus. Ich benutze den Platz hier eh nicht wirklich. Machen wir hier eine Akkureihe. Buzzel, Buzzel, Buzzel. Ne, nicht so. So. Jungs, könnt ihr bitte das mal aufbauen? Ich will mir keine Sorgen machen wegen Strom. Weil das sieht jetzt schon im passiven Zustand nicht so gut aus. Ja, werden gesetzt. Okay. Habt ihr auch schon? Ja, sie wollen gleich Fuelblocks haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, ich müsste hier eigentlich nichts anfassen. Sollte irgendwann von alleine anfangen, alles zu arbeiten. Einziger Haken sind halt die MK2-Boiler. Die werde ich dann auch von Hand setzen müssen. Ne, muss ich nicht. Aber wir haben nur hier MK2-Boiler gehabt. Ah, umso besser. Okay. Das ist hier zwischen. Boiler, Boiler, Boiler. Oh, ich fiel den MK1-Boiler. Okay. Ich baue MK1-Boiler. Tu die da rein. So, mehr Boiler. Komische Stone-Furnesse dafür bauen. Hier. Grün. Können schon fast reichen, aber ich baue mehr. Ja, einfach mehr bauen. Die sind nicht schwierig. Nimm, nimm. So. Roboter? Oh. 280 Roboter, die nichts zu tun haben. Habe ich noch einen Wald irgendwo? Machen wir mal den Wald weg. So. Jetzt sollt ihr was zu tun haben. Und die nehmen die Boiler und fliegen damit wohin? Was, was, was? Moment mal. Moment mal. Moment, füttet ihr meine Boiler? Ah, weil es eine lila Kiste ist. Nein. Nein. So. Besser. Genau. Schmeiß dich mit Stein zu. Das ist sehr lieb von euch. Aber könntet ihr bitte das Ding da bauen? Deswegen ist es einer von denen schon am Arbeiten. Jein. Die haben noch keine Abdeckung. Stimmt, Abdeckung war das nächste Problem. Weil theoretisch das Ding da irgendwo hin müsste. Joa. Nächste Pause. Folge. Oh Gott, bin ich bei der Matsch. Nächste Folge. Bauen wir drei. Robo Ports. Und gucken, ob wir das hier irgendwie drumherum so positionieren können, dass diese Dinger da abgedeckt werden. Wenn nicht, positioniere es hier einfach außerhalb des Musters irgendwo. Damit das Ding wenigstens arbeitet. Joa. Also bis gleich. Bis gleich.